Hallihallo! Liebe Freunde von SES, wir haben Großes mit euch vor dieses Wochenende, denn es geht um! Ich trinke jetzt mal auch ganz gut. Würde ich auch sagen. Das ist gut. Weißt du, das finde ich scheiße, ich sehe aus wie die Oskar aus der Tonne. Du hältst wieder immer drauf. Nein, das stimmt nicht. Ich möchte eigentlich in diese Dönerbude. Ich dachte eigentlich, dass wir der Knoblauchgeruch von der Ute schon den ganzen Vormittag. Nein, ich habe doch nur Gürtchen gegessen. Gürtchen. Also was ihr nicht wisst, ist, dass die Würke gestern Abend aus der Kneipe aus dem Gin Tonic vom Nachbartisch gefischt hat. Ich finde, dass sie auch einen guten Abend gestern hatte. Also du bist ordentlich durch die Kneipe gegangen. Da ist schon was zusammengekommen. Ich meine, wir sind ja auch schon gar nicht mehr so nüchter. Ich glaube, wir müssen jetzt auflegen, weil ich habe nicht, glaube ich, jetzt verfahren. Wir müssen leider auflegen, liebe Fans. Nur noch einmal, wir singen, los! Yeah!